Auf unserem JustSound KF-E YouTube-Kanal stellen wir euch heute das Hyphonics HF25WK Kabelset vor. Für eine hochwertige KF-E Anlage braucht ihr auch ein hochwertiges Kabelset. Mit einem Querschnitt von 25 mm seid ihr auch bei starken Anlagen auf dem richtigen Weg. Im Set enthalten sind 5 m Strom sowie 1 m Massekabel inklusive passender Kabelschuhe. Für die optimale Absicherung ist ein Mini-ANL Sicherungshalter mit der passenden 100 Ampere Sicherung dabei. Zu dem Anschlussset gehört zusätzlich ein mehrfach abgeschirmtes 2-Kanal-Cinch-Kabel inklusive Remote-Leitung. Eine absolute Kaufempfehlung für eure KF-E Anlage. Schaut rein bei uns im Shop auf justsound.de.